Wir sind in einer angespannten Lage, meine Damen und Herren. Wir wurden von Erika hintergangen oder eher ich. Naja, du auch, oder? Nö, ich war ja nur am zocken. Ja, ey. Dich hat man spielsüchtig gemacht und mich haben es hintergangen. Diese Weiber hier. Ich knippe jetzt Leute um. Und ich muss gegen Erika ran. Ja, ich bin eine Dame, du blöde Fotze. Ranger Joey möchte kämpfen. Was? Was? Ja, die hätten Shiggy rausgeballert. Ich stehe fort mit meinem Pisco in der Sonne. Mit Wahlband und Lobklinge. Das dürfte ein Tod sein für Shiggy. Weißt du, was das Ganze noch schlimmer macht? Oh, I want it. Erika ist ein Junge. Ranger Joey möchte kämpfen. Oh, ein Papi Nuller. Alter! Kommt die mit dem Coco weiter her? Oh no! Boah, das ist absolut arschig. Ich kann mir vorstellen, dass da was sterben könnte. Was denn? Ich kann hier jetzt nur mit meinem Starter rangehen. Und das zieht sehr viel ab. Was steht denn da? Coco war jetzt gegen meinen Igel-Lawar. Und es scheint hier... Moment. Ruhig verdrank. Sehe ich nicht gerne. Oh, das ist halt... Das wird noch schwierig, sage ich dir. Ich habe immer noch nicht... Akkus, ich habe immer noch nicht verstanden, was da... Es ist ein Coco-Wai. Ach, Coco-Wai. Das fiech... Nix. Boah, die Frage ist jetzt. Soll ich riskieren, mit meinem Starter, mit meinem Igel-Lawar, ruckzuck tief einzusetzen, um es down zu kriegen? Oder muss ich hier auswechseln? Auswechseln. Aber wie viel KP hat es noch? Das Coco-Wai. Wie viel KP hat das Coco-Wai noch? Ein paar Pixel. Deswegen reicht's. Hucki-Zucki-Hui-Baus. Ja, aber ich bin halt paralysiert. Ach so, oh. Und wenn ich ein wechsel... Ach, stimmt, ich kann mich ja nicht heilen. Fuck. Hast du dich eh nicht geheilt? Nee, ja, wenn mir das gerade mit aufgefallen. Ja, eh. Dass ich mich nicht heilen darf. Also, das müssen wir nicht passieren, aber... Und das große Problem ist, ich kann Sabrina, meinen Lavita, nicht einwechseln. Ist ja klar gegen Coco-Wai. Die einzige Wahl ist eigentlich Hot Wing. Hat nur noch 50 KP. Oh. Deswegen muss ich eigentlich riskieren, Rucki-Zucki-Heap einzusetzen. Ja, dann mach das. Oh, danke schön. Weil Rambo wäre mit einem Konfusion down gegangen. Rambo? Ja, das Igel-Lawar. Wie ist das so Rambo drin? Igel-Lawar, habe ich doch gesagt. Das heißt Rambo. Alter, Starm, die Augenkappe wird. Warum hat die Psycho-Pokémon? Das gefällt mir überhaupt nicht. Discords zickt gerade ein bisschen rum, ich verstehe kein Wort. Ist doch egal. Na, wenn du meinst. Es ist halt da. Ich erklär's dir dann danach, aber jetzt bin ich zu angespannt. Ja. Sternschauer, kannst du ruhig einsetzen. Puh. Komm schon, mach Damage. Alter, nein. Ich riskier's mit Superschall oder Flügelschlag. Flügelschlag, hätte ich gesagt. Solange Starmie jetzt Sternschauer einsetzt, kann ich jetzt eigentlich Flügelschlag einsetzen. Aber wenn es mit Konfusion daherkommt, ist Hotwing tot. Hm, Hotwing ist mit wem verbunden? Deinem geliebten Pokémon. Ich kann auch absolut nix reinwechseln. Hm, das ist doof. Ich könnte Hala, das Makuita reinwechseln gegen ein Starmie. Ja. Das könnte es tanken. Ja, vielleicht. Ich könnte jetzt Makuita reinschicken. Äh, Makuita? Ist das die Weiterentwicklung? Ja, das ist die Hariyama. Hariyama, ja. Und Mogelheap einsetzen. Glaubst du, wie viel würde das einem Starmie ausrichten? Hm. Also, Hariyama hat einen fetten Angriff. Ich hab die falschen Knöpfe gedrückt, deswegen ist es wurscht. Okay. Gut, ich hab Hariyama drin, jetzt muss ich mit dem arbeiten. Mogelheap und... Aha, es hat überlebt. Oh nein, aber dicker Schaden, oder? Ja, geht eigentlich so. Aqua-Knarre, solange du nicht mit Konfusion daherkommst. Oh, Triff halt Harlow. Ach Gott. Das gibt's doch nicht. Alter, das habe ich jetzt wirklich nicht gebraucht, dass du dreimal nicht triffst. Oh nein. Jetzt habe ich nur noch 53 Kapi. Stollrack, 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 Stollrack. What? Da kann ich Metalle eigentlich drinbleiben. Ich muss eigentlich. Nicht viele Trainerinnen sind hier drin. Das meine ich eben. Ich war nicht umsonst angespannt. Metallklaue zieht wie viel ab? Komm schon. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Stollrack. Komm, One-Hit. Das ist vierfach effektiv. Komm, Harla. Yes. Puh. Puh. Sie hat sie in sich. Nicht vergessen, Kukowall, Stami, Stollrack hat sie. Oh, okay. Ja, das ist ungut. Sie leadet mit Kukowall. Also Stami, Stollrack und Kukowall. Und sie leadet halt mit Kukowall. Ja. Puh. Oh, shit. Wait. Woo. Und du musst gegen alle antreten. Ja. Keine Abkürzungen. Alter. Das war auf jeden Fall die ärgste Arena für mich, finde ich. Ja. Puh. Puh. Schnell weg von den Reihonen. Wobei, ich muss ein Glück. Alter, wie viel Tusten sind da drin? Ich muss dir Beistand leisten. Du schaffst das. So. Ich stehe jetzt neben dem alten Mann und feuer dich an. Jo. Die Arena ist voller Frauen. Alter, wie viel Tusten. Ich heil mal kurz meine Pokis. Reptain ist klar. Oh, shit. Ah, Julian. Hi. Blutsauger. Alter. Ich spiele hier ein bisschen durch, wenn das okay ist. Ja, ja. Das hast du schon. Oh, Pokémon. Ähm. Wuffy. Hi. Ah, shit. Was denn? Ah. Ah, dieses Porenta. Junge. Danke. Puh. Roselia. Äh, Julian, das kannst auch du machen. Ernsthaft. Was? Alter, nee, oder? Was denn? Jerry, du bist dran. Boah, jetzt hätte ich schon gedacht. Jerry, du bist dran in dem Sinn. Oh, shit. Oh, das war die falsche Move. Aber der hat mich noch alle verarschen, ey. Ich knüppel mich mal durch Team Rock jetzt auf, Portia. Äh, ja, ich könnte jetzt ein kleines Problem haben. Das kann ich mir vorstellen. Äh, weil meine Pokémon irgendwie, ja, ich bin mich angeschrackt, äh, oder paralysiert oder verbrennt. Ja. Ja, Julian, du bist dran mit dem Kultus Regeln. Gut. Oder auch nicht. Lüffersam. Agaza. Konter. Oh, das wird jetzt, äh, ja, das wird jetzt heftig. Mhm. Ähm. Tchuuu. What? Amam, bababababam. Okay, Julian darf ich nicht mehr reinwechseln. Wobei, Julian? Heilige Scheiße, ey. Fuck. Äh, ich blüte, hier wird er sterben. Habe ich auch gemeint, aber geht nicht auf. Was ist mit Julian? Ist er paralysiert? Ist verbrannt. Und hat noch drei Kaffee. Okay. Okay, dann nein. Weil das wäre eigentlich ziemlich gut mit Blutsauger gegen Kokowal, aber so nicht. Wobei? Ja. Nee, wenn du verbrannt bist, nicht. Ich hätte gesagt, er würde vielleicht hoffen auf einen One-Hit mit Blutsauger, aber mit verbrannt sein sicher nicht. Sie leadet mit Kokowal. Ja, da muss ich Agaza reinschicken. Zumindest bei mir hat sie geleadet. Ja, ich setze drauf, dass sie mit Kokowal leadet. Ähm. Jetzt wir kriegen Starmie, baller ich. Bei Starmie hau ich dann, äh, äh, wie heißt der? Mein Reptain rein. Oh, da ist Kokowal. Hm, es könnte trotzdem Hardware-haarig werden. Ah ne, Pisco ist nicht paralysiert. Okay, gut. Dann könnte ich, wenn ich Kokowal weg habe, dann dürfte an sich freie Bahn für Pisco sein. Weil dann kann er mit Wahlband und Laubklinge eigentlich alles wegficken. Hoffen wir's. Alter, Agaza, seid nicht paralysiert, du. Äh. Okay, in dem Kampf werde ich jetzt nicht speeden. Oh Gott. Das wird jetzt heftig. Agaza, bitte. Mach keinen Scheiß. Bei mir haben die Pokémon auch nicht getroffen, teilweise. Ja, wir sind einfach nur durch jeden Fall paralysiert. Ah, das ist eh klar. Okay, Konter. Okay, okay, okay. Agaza, du musst nur noch einmal durchkommen. Dann ist das Kokowal weg. Stampfer. Agaza stirbt. War das? Paralysiert. Agaza stirbt jetzt höchstwahrscheinlich. Oh nein, oh Mann. Why? Okay, ja, Agaza ist tot. Ähm. Sherry, your turn. Knüppelt den weg. Das war's mit Abo. Ich glaube schon, Psychokinese. Baller dieses Kuchowal weg. Und es reicht nicht. Scheiße. Und Hypnose. Gut, es gibt eine Sache, die ich probieren kann. Ja, komm, der Typatrank. Ja, Agaza hat's verkackt. Also, ist es tot. Äh, Sherry lebt noch, aber fragt sich ab, wie lange. Wenn's jetzt auf... Ah, es kann... Hm. Sieht nicht gut aus. Nochmal stampfen, wie viel Schaden machst du damit? 24. Hm. Shit. Okay. Ich kann es daraus setzen, dass Sherry jetzt aufwacht und mit der Psychokinese guten Schaden macht. Ja, ist aufgewacht. Okay. Nimm den Schaden machst du. Unter... Nicht ansatzweise genug. Oh Gott, 3 KP auf Sherry. Okay. Ähm. Ich muss hier so machen. Ich muss... Mal mal kurz gucken. Bericht, wie viel Geschwindigkeit hat... Das Ding ist 56. Okay, Hieroki dürfte schneller sein. Weil Pisco kann ich da nicht reinschicken. Das... Das kriegt jetzt nicht weg. Sherry will ich behalten. Deswegen mach's so. Julian... Verbrannt und 3 KP. Der wird diesem Kampf nichts mehr richten, weil er langsam ist, als alles. Ich schicke es Julian rein, um Self-Switchen auf Woofie zu kriegen. Äh, auf Hieroki zu kriegen. Mein Labi kann killen. Ja, sonst stirbt halt noch mehr. Sonst schaffe ich's vielleicht nicht. Das ist keine andere Option. Ich kann jetzt Sherry verrecken lassen, aber das möchte ich nicht. Sherry ist zu gut. Alles, was ich jetzt reinschicke, ist höchstwahrscheinlich tot. Wenn ich's... Ja, alles, was ich reinschicke, stirbt jetzt. Ich brauche einen Safe-Switch, um diesem Kokowai Schaden machen zu können. Bringt's jetzt, Ariadus reinzuwechseln? Ja. Was? Was? Äh, den Safe-Switch, weil... Ähm... Die anderen Pokémen sind... Äh... Alle besser. Schau mal, weil... Pisco, äh... Julian... Hat eine Initiative von 27. Ist verbrannt. Und hat 3 KP. Moment. Du bist jetzt da. Dein Wingenau ist gestorben und jetzt wechselst du was rein, oder? Nee, nee. Wingenau ist schon lange tot. Ein Pokémon reinwechseln? Also Wingenau... Was bringt dich jetzt... Äh, einen Ariadus reinzuwechseln, das gleich stirbt? Nein, nein. Nein, nein, ich hab... Agatha ist schon lange tot. Ich bin gerade mit Sherry drin. Ja, wenn du jetzt auswechseln möchtest, auf Ariadus... Wird Ariadus angegriffen. Und dann musst du erst recht wieder... Äh... Sherry reinwechseln. Nee, nee, dann hau ich Hiroki rein, weil Hiroki ist schneller. Als das Viech. Und ich hoffe, dass dann mega-Heap ausreicht. Weil Hiroki hat einen... Hat einen Mörderangriff. Ja, das ist das Beste, was ich versuchen kann, denke ich. Weil Sherry stirbt auf jeden Fall und Sherry ist zu wichtig. Mach. Tschüss, Julian. Und lass mich in Ruhe. Lass dich nicht mehr bei mir flicken. So, Hiroki. Oh, Hiroki, sei bitte schneller und... Oh Gott, das wird... Oh Gott. Ich bin wirklich tot. Okay, mach bitte viel Schaden, mach viel Schaden, mach... Oh Gott. Das war ja gar nichts. Oh Gott. Hiroki ist tot. Er ist jetzt alles tot. Ach, Agaza, warum hättest du nicht ein einziges Mal öfter durchkommen können? Er ist jetzt tot. Hiroki. Wohin genau ist gestorben? Wohin genau? Äh, Ariadus und Quapo. Wo? Oh, der ist wahrscheinlich auch noch mit Gneien. Und der Starter ist gestorben? Ja. What the fuck? Ich hatte gehofft, dass er mehr Schaden macht. Hat so gut wie keinen Schaden gemacht. Und Wuffi ist es wahrscheinlich auch. Wuffi lebt. Oh Gott. Ja, Wuffi! Alter. Okay, Wuffi hat's gerade gecarried. 10 KP. Ja, Wuffi ist paralysiert geworden. Wär's jetzt wahrscheinlich durch. Stolrak. Okay, 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 okay. Ich pack das. Bisco. Your turn. Ah, fucking Agaza. Oh Mann. Ich hab die Glabber. Na, der Agaza ist einmal durchgekommen. Einmal öfter. So, Stolrak dürfte jetzt weg sein. Hoffentlich, sonst hab ich ein Problem. Okay. Okay, ach gut. Wasted. Wenn der Nächsten ihn mal Heiltrank einsetzt, dann ist Stolrak tot. Oh. Ach nee, halt weiter, du hast gesagt, ich darf mich gar nicht heilen, oder? Also generell nicht. Nope. Also auch nicht im Kampf, wenn sie im Trank... Okay. Okay, Stolrak ist weg. So, jetzt Stami. Jetzt muss Pisco nur schneller sein. Also wenn Pisco jetzt nicht schneller ist und Stami Pisco tötet... Oh oh. Sternschauer und Aqua Knarre bei mir. 9kp hat Pisco noch, das muss jetzt reichen. Sonst hab ich ein Problem. Ich glaub, das war's. Ja. Pisco ist langsamer, Stami hat noch 9kp. Sherry hat 3kp, ist langsamer. Wuffi ist parallelisiert und auch noch 10kp. Ja. Pisco ist tot. Wenn alle tot sind. Wuffi. Wuffi ist tot. So Sherry hier. Johanna. Und Sherry ist tot. Jo. Puh. Ja. Ja, ne? Ewige Dunkelheit. Jetzt im Nachhinein betrachtet, weiß ich nicht mehr, was danach passiert ist. Nur, dass Rob mit Hilfe geält war und wir irgendwie aus diesem Mörderhaus entkommen konnten. Und danach? Ich weiß es nicht mehr. Ich will es auch nicht wissen. Wie viele Tage wohl vergehen? Ein paar Tage? Wochen? Monate? Es wirkt wie eine leere, ewige Dunkelheit.